Hallo zusammen, heute um zu zeigen, was es für geile Jobs in der Schweiz gibt, ich mache Praktikum bei der Polizei. Hey, hallo zusammen, jetzt geht's los, ich bin der Braktikumsjob. Kriminalpolizei, Drogapolizei, Sondreinheit, Antiterrorist. Bolidessen. Was? 100 Hämmer kommst du rüber? Voll geil, Mann! Was ist das für Waffen? Das ist die Fussgängerzone, nicht die Fussstierzone, tut mir leid. Bewaffnung im öffentlichen Raum ist nicht toleriert. Das ist etwa 40 Std., ist okay? Ja. Hey, sorry, Mann, das steht ja voll neben der Zone. Kleiner Tipp, wenn du parkierst im Haltenverbot, musst du Scheibenwischer laufen lassen. So, kannst du voll keinen Bus runter machen, oder? Nächstes Mal. Sie blockieren den ganzen Fussgängerzone hier. Ist sie hier? Jetzt gibt es gerade 100 Std. 100 Std., ein bisschen zu lange parkiert hier, oder? Ja. 100 Std. Kannst du gerade die Bar runter machen? Sorry, du stehst falsch. Easy, gell? Ja. Du musst auch mal unten durch. Ja. Ah, super. Danke. Ja. Ciao. Ciao. Der Vorteil Polydessen ist, dass du verdammt easy Geld machen kannst, ohne Schlägerei. Hey. 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 Hey.